Die Sendung wird jetzt nicht in Englisch gemacht, ja ist klar, aber es geht wirklich nur um mich, also auch um dich natürlich, also es geht ums Ich, also um das, es geht um das richtige Ich, das totale Ich-Ich, das Ego-Ego-Ego-Ego-Ego-Ego-Ego-Zentrum, also das Innerste vom Inneren, das, wo kein Mensch jemals hinschauen wird, wo es auch nicht diese Anfangsmelodie von Raumschiff Enterprise gibt, also ja, wo noch niemand gewesen ist, da wird auch niemand niemals jemand sein, sondern nur ich. Mich kann man nicht messen. Ja. Ich würde sogar behaupten, wie es ist, Benni Baldrian zu sein, weiß nur Benni Baldrian. Das stimmt, denke ich mir auch. Was du jetzt gerade denkst, ob du denkst, der hat es doch nicht mehr alle, oder ob du was anderes denkst, das kann niemand wissen. Natürlich, man könnte jetzt um sein Hirn oder um mein Hirn herum irgendwelche Anlagen herumbauen oder diese Kappen drauflegen, dann würde man vielleicht mit Positronen-Emissionstomographie herausfinden, welche mentalen Zustände wir beim Drehen dieser Sendung haben und so weiter. Aber das, was sich in uns wirklich abspielt, das weiß kein Mensch. Niemand. Also egal, was immer man da misst, das ist es nicht. Das ist nur ein Teil des Teils, der nicht nur anfangs alles war, sondern der immer alles ist, nämlich man selbst. Also, Me, Myself and I, die Vermessung des Selbst. Es gibt ja die Vermessung der Welt, die Vermessung, also ich will jetzt nicht so vermessen sein, dass ich gleich über alles rede, aber ich finde es einen hochinteressanten Punkt, mal über Folgendes zu sprechen. Die empirische Wissenschaft, also die Wissenschaft von den Erfahrungen mit der Welt, das ist die Wissenschaft, die Messungen vornimmt, die Informationen sammelt, einordnet, strukturiert und versucht, sie in einem Modell zusammenzustellen. Diese empirischen Wissenschaften, dazu gehören ja Biologie, Chemie, Physik, Geowissenschaften, also alles, was sich mit der Natur beschäftigt, aber die empirischen Methoden finden ja sogar Eingang in den Sozialwissenschaften, in den Kulturwissenschaften, weil man einfach wissen möchte, was ist da. Diese Wissenschaftsform ist ja offenbar sehr erfolgreich. Und sie lebt davon, dass sie nicht nur einen gewissen Anspruch hat, sondern dass sie auch den großen Erfolg hat, tatsächlich etwas über die Welt erfahren zu haben. Und in dieser empirischen Wissenschaft oder für diese empirische Wissenschaft gibt es nun eine ganz, ganz große Provokation. Nämlich folgende. Die wichtigste Erfahrung, also im Gegenstand der empirischen Wissenschaft wäre das, die wichtigste Erfahrung, die ein Mensch macht, ist, ich bin. Also jetzt, also nicht nur ich, sondern Sie ja auch, Benni auch, also alle wissen von sich, dass sie sind. Ich bin. Ich bin. Also ich bin. Mein Selbst ist. Aber ausgerechnet dieses Selbst, also diese authentischste Erfahrung von sich. Nochmal, Erfahrung ist eigentlich Gegenstand der empirischen Wissenschaft. Und ausgerechnet die authentischste Erfahrung von sich, die kann man nicht messen. Also wir machen ja ständig die Erfahrung. Bist du noch da? Ja. Das freut mich. Also ja, das ist nämlich auch genau tatsächlich das, was ein Gehirn offenbar dauernd tut. 99 Prozent unseres Gehirns sind dauernd mit sich selbst beschäftigt. Jetzt nicht im egozentrischen Sinne, sondern in dem Sinne, was mache ich, also jetzt, also nur um ihre Personalität zu definieren. Nur ein Prozent ist dazu da, zu gucken, was ist die Welt, wieso sind die Scheinwerfer hier heute so hell oder sonst irgendwas, warum ist es hier so warm oder was auch immer. Das heißt, die Verbindung nach außen ist nur ein winziger Teil. Wir sind dauernd dabei, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Das ist offenbar extrem wichtig für uns. Also es gibt jetzt verschiedene Problemkreise, die mit diesem Problem zusammenhängen, dass man das selbst nicht messen kann. Also wie gesagt, das Erste ist, das ist eine Riesenprovokation für die empirischen Wissenschaften, dass ausgerechnet diese Fundamentalerfahrung nicht der Messung zugänglich ist. Der nächste Punkt ist ein bisschen trickreicher, da muss ich ein bisschen ausholen. Wie heißt es immer? Ja, der Harald, den kannst du fragen, was du willst, der landet immer beim Urknall. Ja, stimmt. Jetzt wieder. Wir fangen mit dem Urknall an und fangen wirklich mit dem Beginn der Welt an. Und aus diesem Beginn der Welt ist ja alles geworden, was geworden ist. Elementarteilchen und so weiter und so weiter. Aber auch die Sterne und die Planeten und die Galaxien. Und irgendwann auf der Erde ist ja dann der Übergang passiert von toter Materie zu lebendiger Materie. Dann hat sich das Leben entwickelt und so weiter. Wir können ja mithilfe der empirischen Wissenschaften eine, ich will nicht sagen lückenlose, doch in weiten Teilen ziemlich vollständige Geschichte der Natur erzählen. Komplett vom Urknall bis zur Entwicklung der ersten Sinnesorgane, der Nervensysteme, sogar bis hin zur Entwicklung des Menschen oder der Vormenschenartigen, der Menschenartigen und dann bis zum Menschen und so weiter. Warum soll in dieser kompletten Naturgeschichte jetzt auf einmal dadurch ein Bruch passiert sein, nur weil bei einer Sorte von Primaten, nämlich bei uns, auf einmal so etwas wie ein Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein aufgetaucht ist. So hatte man das nämlich ursprünglich versucht. René Descartes hat versucht zu sagen, ja, es gibt auf der einen Seite die Dingwelt und auf der anderen Seite aber die Welt meiner Seele. Das nennt man ein dualistisches Weltbild, dass also Geist und Materie gar nichts miteinander zu tun haben. Wir aber, die wir den empirischen Wissenschaften ja sehr trauen, wir würden natürlich sagen, das kann so gar nicht sein. Wir brauchen ein ganzheitliches Weltbild, das nennt man monistisch, dass also wirklich nur ein einziges Modell dafür notwendig ist, um das zu erklären. Und dann wäre das Gehirn eine ganz normale Ausformung der Entwicklung, der Evolution, weil die Eigenschaften, die sich in den Gehirnen irgendwie abspielen, nicht nur die Eigenschaften innerhalb von uns, sondern auch die Eigenschaften, die Welt zu erkennen, das war als Anpassung an die veränderten Umweltbedingungen eben wichtig. Schön. Und dann gibt es noch den dritten Teil, nämlich herauszufinden, was dieses Selbst, dieses unmessbare Selbst eigentlich bedeutet. Und es ist ganz klar, wenn man also in uns reinschaut und das Gehirn auseinander nimmt, denn da oben irgendwo ist das selbst verankert, man kann das mit einem ziemlich perversen Gedankenexperiment sich ein bisschen vorstellen. Ich werde das jetzt nur mal in Ansätzen klar machen und das ist klar. Also nehmen wir mal an, man würde mir das rechte Bein abnehmen, also jetzt nicht ganz, sagen wir mal, unterm Knie. Würde sich dadurch mein Selbst verändern? Klar, der Harald wäre nicht mehr derselbe, aber sein Selbst wäre davon nicht betroffen. Und das kann man jetzt eben immer weiter und weiter machen. Man kann sich die Frage stellen, wie weit kann denn ein Gehirn von seinem Körper getrennt sein, ohne dass das Selbst einer Person verändert wird? Das kann ziemlich weit gehen. Auf die Einzelheiten will ich da gar nicht eingehen. Aber es zeigt sich ganz deutlich, dass hier oben offenbar in dieser Kugel das Selbst versteckt zu sein scheint. Und es gibt nun zum Beispiel die Theorie von dem Kernselbst. Es gibt einen innersten Kern unseres Selbst, das sorgt dafür, dass unsere Körperfunktionen funktionieren. Also da wird ständig überprüft, wie die Temperatur ist, dass alle drüsen, das machen, was sie tun sollen und nicht überschießen. Das heißt, da gibt es so ein Bestrafungs- und Belohnungssystem, das sorgt für die basalen Lebensfunktionen. Ganz wichtig, dass das Herz schlägt, dass die Atmung funktioniert, die kann man zwar ein bisschen beeinflussen, aber also im Wesentlichen ist das die zentrale Maschine. Das ist der Kern Benni, wenn ich das mal so sagen darf. Dein Kern selbst. Schön. Dann, da drumherum liegt ein Selbst, das hat was damit zu tun, wie wir uns relativ zur Außenwelt profilieren. Dass wir wissen, wir sind, also ich bin hier und Sie sind da. Also jetzt da, wo Sie sind. Da sind Sie. Also ich weiß einfach ständig, dass ich in einer gewissen Umgebung lebe. Und dann gibt es eine Selbststruktur, die hat mit dem zu tun, was wir alles erinnern, was wir erlernt haben, alle unsere Erfahrungen irgendwie abgespeichert sind und so weiter. Diese verschiedenen Formen des Selbst sind dafür notwendig, dass wir uns in der Welt überhaupt irgendwie orientieren können. Dass wir wissen, wo wir sind, dass wir wissen, was wir machen wollen. Das definiert unsere Zwecke, Ziele, Hoffnung, Visionen. Und da kommt natürlich auch dann der Punkt raus. Weshalb es so unglaublich schwierig ist, jemanden zu messen. Denn was man vor sich hat, ist ja immer nur, ich hätte jetzt gerne so eine Kamera, ist ja nur ein Schnappschuss. Ich würde ja nur einen Schnappschuss machen von Ihnen, also einen von mir. Aber was alles davor war, welche Erfahrungen ich als Dreijähriger, Vierjähriger, Fünfjähriger, Irgendjähriger gemacht habe, welche wichtigen Konsequenzen ich daraus gezogen habe oder mein Unterbewusstsein für mich gezogen hat, ist doch bei dir genauso gewesen, oder? Bestimmt. Und ja, ich meine, dass du, ja. Also jeder von uns hat ja eine Geschichte. Und diese Geschichte lagert sich in unserem Selbst ab. Also auf der einen Seite ist also das Selbst so etwas wie ein Steuermann. Nicht nur der Steuermann, der das Rad in der Hand hält, sondern sogar der Kapitän, der zugleich sagt, wo es lang geht. Er ist aber auch, dieses Selbst ist aber auch so etwas wie ein Dirigent. Allerdings jetzt nicht die Sorte von Dirigenten, die das Orchester wartet. Und dann kommt der Maestro rein und dann, tock, 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 Herrschaften. Sondern das ist ein Dirigent, der dadurch entsteht, dass das Orchester anfängt zu spielen. Schlagartig ist er da. Das heißt, als wenn das Orchester das selbst erzeugt und dann auf einmal auf den Dirigenten reagiert und der Dirigent darauf reagiert, was das Orchester spielt. Ah, naja, das ist der Punkt. Also wir sind hier in dieser Geschichte mit den Spiegeln, weißt du? Du guckst in den Spiegel, hinter dir ist ein Spiegel. Ein Spiegel jagt den anderen. Tack, 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 tack. Und irgendwann verliert man den Überblick. Die Vermessung des Selbst ist eine Grenze der Erkenntnis. Nein, das ist doch irrsinnig. Da möchte man gerne wissen, wer man ist. Und das sage ich jetzt mal so als Mensch. Der Mensch möchte schon immer gerne wissen, wer bin ich? Was mache ich in dieser Welt? Was macht die Welt mit mir? Und dieser Mensch entwickelt die tollsten intellektuellen Fähigkeiten, die tollsten Instrumente der Wissenschaft und Technologie und dringt tief in die Materie ein, in die allerkleinsten Elementarteilchen, hinaus ins Universum und erkennt dieses und jenes und alles Mögliche. Aber dann, auf einmal stellt er fest, Moment, ich habe zwar die Welt um mich herum so objektiv, wie es nur irgendwie geht, schon erklärt oder ich habe sie zumindest beschrieben, aber was ist denn mit mir? Bin ich kein Teil dieser Welt? Oder das Innere von mir, ist das kein Teil dieser Welt? Wie ist es denn mit dem Blick von mir? Vor allen Dingen, wo bleibe ich als Person? Ich weiß, das klingt jetzt so nach Ego-Shooter, Egozentrismus, anthropischer Blick und so weiter und so weiter, aber natürlich wird jedes Lebewesen, das über ein bestimmtes Selbstbewusstsein verfügt, also ein Bewusstsein von sich selbst verfügt, wissen wollen, zum Beispiel aus ökonomischen Gründen, das ist natürlich ziemlich verwerflich, wie kann ich denn die Selbste der anderen manipulieren, zum Beispiel. Jetzt will ich das nicht zum Zentrum von wissenschaftlicher Tätigkeit machen, aber das könnte man sich gut vorstellen, weshalb man so dahinterher ist, herauszufinden, wer man selbst ist. Also nicht man selbst versucht es herauszufinden, sondern die anderen versuchen herauszufinden, wie man an unser Selbst herankommt. Also Gedankenmanipulationen im weitesten Sinne. In der Tat sind die modernen Neurowissenschaften eine der aktivsten Bereiche der empirischen Wissenschaft. Das heißt, da wird mithilfe von Technologien, die alle aus der Quantenmechanik kommen, also aus der Physik der allerkleinsten Teilchen, der allerkleinsten Zusammenhänge, werden damit molekulare und atomare Vorgänge in unserem Gehirn so genau dargestellt, dass man eine Vermessung des Gehirns vornehmen kann. Man hat praktisch eine Landkarte des Globus-Gehirn. Und man findet alle möglichen Kontinente darauf. Da gibt es den Kontinent, der für die Sprache zuständig ist, der Kontinent, der für unsere Empfindungen zuständig ist, der Kontinent, der sieht, also unsere Augen sehen ja nicht, sondern das Gehirn sieht, der Kontinent, der für unsere Fähigkeit insgesamt zuständig ist, Gedächtnis zu haben. Das ist allerdings der größte Kontinent. Allerdings, was man nicht findet, ist der Kontinent, der für unser Selbst zuständig ist. Scheint gerade so zu sein, als wenn tatsächlich das Gehirn insgesamt einen Organismus darstellt, der als kollektive Eigenschaft unser Selbst herausbringt. Als Orientierer, als Steuermann, als Kapitän, als Dirigent, alles Mögliche. Wir sind tatsächlich der Dirigent von uns selbst. Wir spielen unsere eigene Melodie, wir steuern unsere eigenen Ziele an, meinen wir zumindest, in weiten Teilen. Und das Allertollste ist, das alles kann man irgendwie nicht messen. Wir vermessen die Welt und wenn man uns vermisst, dann findet man nichts. Natürlich wird man uns vermissen, wenn wir nicht da sind, aber man uns selber, wir sind dann einfach weg. Den schönsten Satz zum Selbst, den ich gefunden habe, war von Konfuzius. Selbst der stärkste Mann kann sich nicht selbst in die Höhe ziehen. Großartig. Konfuzius. Das hätte auch von Karl Fallenthin sein können. Ich glaube, Karl Kraus hat auch noch gesagt, liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst, weil jeder ist sich ja selbst der Nächste. Ist auch schön. Me, myself and I, die Vermessung des Selbst. Es gibt ja die Vermessung der Welt, die Vermessung, also ich will jetzt nicht so vermessen sein, dass ich gleich über alles rede, aber ich finde es einen hochinteressanten Punkt, mal über Folgendes zu sprechen. Die empirische Wissenschaft, also die Wissenschaft von den Erfahrungen mit der Welt, das ist die Wissenschaft. Es geht ums Ich, also um das, es geht um das richtige Ich, das totale Ich-Ich, das Ego, 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 Ego-Zentrum. Also das Innerste vom Inneren, das, wo kein Mensch jemals hinschauen wird, wo es auch nicht diese Anfangsmelodie von Raumschiff Enterprise gibt, also ja, wo noch niemand gewesen ist. Da wird auch niemand niemals jemand sein, sondern nur ich. Mich kann man nicht messen. Ja. Ich würde sogar behaupten, wie es ist, Benny Baldrian zu sein, weiß nur Benny Baldrian. Das stimmt. Denke ich mir auch. Was du jetzt gerade denkst, ob du denkst, der hat es doch nicht mehr alle, oder ob du was anderes denkst, das kann niemand wissen. Natürlich, man könnte jetzt um sein Hirn oder um mein Hirn herum irgendwelche Anlagen herumbauen. Me, Myself and I. Das wäre der Titel für die heutige Sendung. Benny. Me, Myself and I. I am my own man. Also die Sendung wird jetzt nicht in Englisch gemacht, ja, ist klar. Aber es geht wirklich nur um mich. Also auch um dich natürlich. Also diese Kappen drauflegen, dann würde man vielleicht mit Positronen-Emissionstomographie herausfinden, welche mentalen Zustände wir beim Drehen dieser Sendung haben und so weiter. Aber das, was sich in uns wirklich abspielt, das weiß kein Mensch. Niemand. Also egal, was immer man da misst, das ist es nicht. Das ist nur ein Teil des Teils, der nicht nur anfangs alles war, sondern der immer alles ist. Nämlich man selbst. Also.